Die Primär-A-Division 1961, 62. war die 31. Spielzeit in der Geschichte dieser Fußballliga. Die Saison startete am 2. September 1961 und endete am 1. April 1962. Vor der Saison, als Titelverteidiger ging der siebenfache Meister Real Madrid ins Rennen. Letztjähriger Wiesemeister wurde Atletico Madrid. Aufgestiegen aus der Sekunder-Division sind circa Osasune und CD Teneriffa. Abschlusstabelle Legende Relegation nach der Saison Internationale Wettbewerbe 1 Real Madrid Europa-Pokal der Landesmeister 2. CF Barcelona Messe-Pokal 4. Real Zaragoza Messe-Pokal 7. FC Valentia Messe-Pokal Finalist der Copa del Rey FC Sevilla Europa-Pokal der Pokalsieger Absteiger in die Sekunder-Division 13 Espanyol Barcelona 14. Real Santander 15. Real Sociedad 16. CD Teneriffa Aufsteiger in die Primär-Division Deportivo La Coruna FC Cordoba Real Valladolid CD Malaga Pichichi Trophäe Die Pichichi Trophäe wird jährlich für den besten Torschützen der Spielzeit vergeben. Die Meistermannschaft von Real Madrid 18. Tentatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat